Klingt erstmal voll die Axt in die Schnauze. Vestarium aktualisiert. Okay. Der war doch mal geil, he? Hab gedacht, ich spiel auch mal mit. Ziel und Axt werfen. Achso. Und jetzt? Trinkt uns das wie viel? Junge, stell dich mal drunter. Erstmal müssen wir hier aufmachen. Wenn da eine Truhe ist, die müssen wir öffnen. Okay. Achso. Ah, okay. Dann nochmal. Alles was. Ja, und ich glaube, hier ist eine Kiste. Junge. Mein Kistenradar ist wieder voll da. Hier ist eine Kette. Die Kette sagt, kletter mich hoch und guck, was hinter mir ist. Oder über mir, oder da ist. Okay, hier ist einiges. Hier unten waren wir gerade. Hier geht es auch weiter rauf. Warte mal. Schauen wir mal das Ding hier. Schaut nämlich aus, als ob es explodiert. Genau, das tut es auch. Treffe ich dich? Ich glaube, ich treffe dich nicht hier durch, oder? Kommt hier aus, oder? Wie komme ich da ran? Einmal. Wie komme ich da ran? Wie komme ich hier ran? Näher rangehen? Kann ich weit genug rangehen, um da... durchzutreffen? Mal. Nein. Nein. Wie komme ich da ran? Wir gucken erstmal hier rum. Ja. Hier ist nichts. Ja. Ja. Hier bekomme ich auch nicht. Weil wir machen ja hier ein bisschen Platz. Hier ist ein großer Schrank. Junge, hierher. Das sind Skelb und Hattie. Die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond? Und dann kämpfen alle? Das ist nicht, wenn Skelb und Hattie den... Also wenn die zwei Wölfe, die Sonne und Mond jagen... Sonne und Mond erreichen, dass dann Ragnarök beginnt? War das nicht irgendwie so? Gut, ich bin jetzt auch kein übelster Checker in der Mythologie. Halt uns die L2 gedrückt. Ausatmen und loslassen. Ich hab ihn. Gut. Er... Er lebt noch. Haben wir da was vergessen? Wir kommen nicht mehr zurück. Halt, ist die Truhe jetzt auch nicht mehr in Reichweite? Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht. Ich... 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 Du hast getötet, ja. WTF?! Wir haben keine Wahl. Ich habe die L2 gedrückt, um... Okay. Abscheide. Äh, zack! Schießt! Schießt! Macht das überhaupt was? Oh! Oh, der war nicht getroffen. Äh... Feuer! Du hast keine Pfeile. Oh! Nein! Dann los geht's! Muss mal weg hier. Zurück, Junge! Untertitelung von ZDF, in der Nähe des ZDF, in der Nähe des ZDF! Schöne, Herr Schöne. Stimmt, Madame, schtimmt! Die Kugel ist ein Schöne. Schöne, Herr Schöne, schöne. Das war's für heute. Das war's für heute. Vorsicht, Adreus. Adreus heißt er übrigens. Das war's für heute. Ah! Sie haben mich gezeigt! Junge! Mein Controller ist gleich leer. Du bist nicht bereit. Im Ernst? Alter, Adreus voller Blut und alles. Aber der Hirsch! Ich hab' mich bewiesen! Du bist grad voll ausgerastet, Junge! Wir gehen nach Hause. Voller Blut, der Kleine. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. Ich bin bereit. Okay. So, 3500 Huxilber. Wir müssen mal kurz den Controller wechseln. Ich wechsle den Controller. Äh, warte mal. Äh, hier. Hier. Äh. Äh. Gerät ausschalten. Rühlscher Controller. Krieg ich raus. Okay. Klicke dann. Der ist eiskalt. Der Controller ist eiskalt. Der Controller ist eiskalt. Beides Controller, bitte überprüfen Sie Ihre Verbindung. Hey! Der ist doch da! Habe ich jetzt irgendwas gekriegt eigentlich? Oh, guck mal. Ich kann jetzt für den Jungen was machen hier. Guck mal. Was hast denn du? Gestaltet Leder aus Wolfsfeld. Äh, ein Geschenk von Adreus Mutter. Schwäche aufdecken. Wenn Adreus Gegner wirkt, nehmen wir mehr Schaden. Nehmen wir das? Sonst haben wir ja nichts, oder? Wir haben ja hier noch nichts. Zeit nicht. Wir haben ja noch nichts gekriegt. Okay. Wir haben sehr viel Huxilber bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht. dass ich den hinbekomme. Ohne einen Hit. Der hat mich ja nicht ein einziges Mal gehittet. Also hier ist nichts mehr. Der hat uns ja nicht ein einziges Mal gehittet. Wir waren da oben. Äh. Cool. Muss ich wirklich sagen. Hier ist nochmal Leben. Also ich glaube, das wird ja wirklich damit gerechnet. Ich nehme es einfach mit. Äh. Damit gerechnet, dass wir... Wo schießt du hin? Okay. Hm. Stopp. Wir müssen... Ich hätte gern die Axt. Und Adreus. Was ist das? Packsilber, oder? Packsilber. Gibt's hier was? Gibt's hier was? Gibt's hier was? Gibt's hier was? Sonst nicht? Nö. Was ist das? Stopp, Adreus. Was ist das? Weißt du das? Neuer Auftrag. Verborgene Kammer. Zum Anzeigen des... Keine Ahnung, was das ist. Oh. Leben. Ich bin nicht mit. Ich hätte gern grad... Ein, zwei Gegnerchen mehr. Oh ja. Hi, Gegner. Das macht nämlich echt Spaß, das Kampfsystem. Das R3 da, so war ich zu langsam. Macht echt Spaß. Aua. 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 Okay. Was ist das denn? Wo denn? Die Axt ist wirkungslos. Die Axt ist wirkungslos. Ja, dann machen wir... Boom. Was war denn das jetzt? Aua. 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 Still sein. Aua. Okay, äh, das war's. Hier gibt's nichts mehr. Warte, was? Ah, guck mal, das ist das, wo ich gesagt hab, da kommen wir nicht durch, weil wir noch keine Axt haben. Keine Ahnung. Ah, jetzt sind wir hier hinterm Haus. So nah ans Haus. Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still. Wir sind fast zu Hause. Oh. Da ist nicht mehr viel übrig. Sollen wir jetzt mal nur nach Hause gehen? Also nach Hause gehen? Gehen zu Hause, Junge. Danke, Joker. Danke, Joker. Ist das nicht heiß? Ist das nicht heiß? Sollen wir in die票? Das ist ungerecht. Das Ding wollte uns töten. Und du bist auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert. Nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Au! Warum? Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. Los, komm raus! Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es. Eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Hahaha. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Hahaha. Oh doch. Ich denke es schon. Verschwinde. Von. Hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewöhnt. Endlich. Einmal. Du wolltest nicht hören. Nein. 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 Ich bin da. Ich bin da. Ich hab sogar Ausweichen gedrückt. Wirklich unglaublich enttäuschend. Na dann komm. Bitte. Ich bin da. Ich bin da. continua. Ich bin da. Sch. Es gibt da. Okay, just kidding. What's him? He hit me. Ich hab aber geblockt. Sag, was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Wieso sind da drin zwei Becken? Ja. 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 Etwa einen bunten Punkt getroffen? Wem versteckst du? Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Na, willst du's nochmal versuchen? Ja. Du redest so viel. Ah! Du willst nichts sagen? Na schön. Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Spatter's Rage. Oh, der ist voll auf die Fresse. Oder auch nicht. Wo bist du hin? Wo ist er? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ja. 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 Du bist ein Narr. Ja. Ja. Dafür habe ich keine Zeit. Ja. 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 Boah, älter Übertreib halt Ich denke nicht, dass das war Ich kann nicht zurückgucken Oh Gott Sag doch, ich denke nicht, dass es das war Alter, das Schild ist geil Ich werde nicht aufhören Der alte Körper wird was haben Aber bevor ich es zu Ende bringe Ich spüre Überhaupt nichts hier vor Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen Du kannst mir nichts tun Nichts kann das Dieser Kampf ist sinnlos Deine Gegenwehr ist sinnlos Es hätte nicht so weit kommen müssen Jämmerle